Ich grüße euch meine liebe Fangemeinde, zumindest die paar Leute, die Fans von mir sind. Ich möchte euch nämlich einen kleinen Laden ans Herz legen, und zwar nämlich den Laden Elbenwald. Da kann man wunderschöne Sonic Sachen kaufen. Ich war vor kurzem in Dresden gewesen, die Woche am Dienstag. Da kann man unter anderem solche schicken, sanke, wartet mal kurz, ich kriege das jetzt nicht gerade hin, aber ich hoffe ihr seht das doch. Man konnte uns bisher nur dort dieses Sonic T-Shirt kaufen. Aber die hat noch jede Menge andere schöne Sachen gehabt, wie zum Beispiel Sonic Tassen, die ich mir geholt habe, und zum Beispiel eine Sonic Lunchbox, eine Sonic Umhängetasche, eine Sonic Eieraufbecher. Es ist allgemein so ein Laden für jede Menge Fantasy Zeug und Nerdy Lump, also richtig geil. Die gibt es allerdings leider nur neunmal in Deutschland. Und zwar gibt es die, Moment, ich lese mal vor, Berlin, Hamburg, Dresden, Gießen, Braunschweig, München, Hannover, Frankfurt und Dortmund. Nach Dortmund sind sie erst vor kurzem hingekommen. Das ist immer so eine Notiz am Rande. Die Adressen habe ich euch mal unten in die Videobeschreibung reingepackt. Warum gucke ich denn jedes Mal auf die Display? Ich sehe doch so scheiße aus. Warum gucke ich mich jedes Mal selber an? Wie auch immer. Ich zeige euch mal kurz meine Lunchbox. Moment. Ja, das ist das Ding hier. Mal ein bisschen, ja, könnt ihr euch mal genau angucken. Das ist das Ding. Hat mich so 10 Euro gekostet. Wollt ihr nochmal meine beiden Tassen sehen, die ich mir geholt habe? Natürlich wollt ihr, natürlich wollt ihr, ich kenne euch doch. Da könnt ihr euch auch mal kurz noch meinen Sonic Regal angucken, was ich hier so alles habe. Moment. Ja, hier so einiges. Wups, da war die erste Tasse. Und einen Augenblick bitte. Ja, diese schicke Tasse habe ich mir auch noch geholt. Guck mal, rekt man das denn so richtig ins Bild? Die hat, glaube ich, so, Moment, knapp 13 Euro gekostet. Schickes Ding, da schmeckt am Morgen Kaffee schon mal um einiges besser. Aber jetzt kommt natürlich das Beste. Und zwar einfach nur diese riesige Tasse ein Bruder. Es ist eine riesen Tasse ein Bruder und es ist so geil. Passt mal auf. Mal gucken, ob ich das mit einem Ding klicke. Na natürlich, hier, seht euch mal dieses riesen Ding einfach nur an. Es ist ein gigantischer Becher einfach nur. Eine riesen Tasse, Moment, ich werde das Ding mal kurz drehen. Ja, so sieht das Ding von der anderen Seite aus. Nochmal hier das Gesicht und hier die Tasse. Einfach nur geil. Also wer für diejenigen unter euch, die in der Nähe von Dresden oder sogar in Dresden wohnen, in der Altmark-Galerie findet ihr das Ding. Zweite Etage irgendwo, ich bin mir selber nicht ganz sicher. Ja, das war meine Lenerandnotiz für heute. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ciao.